Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Köln, Bundesliga 2017-2018, 28 Spieltag, DSG Hoffenheim gegen RCFC Köln, Ergebnis 6 zu 0, Startelf, DSG Hoffenheim. Baumann, Akuma, Vogt, Hüberg, Kattenbeck, Grealisch, Schulz, Rapp, Ramarik, Kunrabi, Uth, Startelf, SFC Köln, Horn, Jorgi, Mere, Marsch, Heinz, Risse, Hector, Hüger, Kozileach, Kozilo, Osako, Bettenkurt, Solerch. Das war's von DSG Hoffenheim gegen RCFC Köln, 11 Uhr 27.